Hallöchen und herzlich Willkommen bei dem nächsten Let's Play von Paper Mario. Jawoll, wir haben ja letztes Mal die Post durchgeguckt und so, da war mal Baluigi, aber der war irgendwie in so einer Art Keller. Mal warten, was ist das denn nun? Warum ist er in so einer Art Keller? Also, ich hab im Moment keine Ahnung und ich bin immer noch ein bisschen erkältet, leider. Äh, das heißt, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, meine Nase ein bisschen verstopft noch. Aber es geht jetzt ein bisschen besser. Was haben wir denn hier feines Schnarcher? Erstangriff, Legs und den Doppelangriff. Lässt Mario zwei Items pro Runde einsetzen? Oh, meine Güte, was ist das denn hier für ein Kram? Ein schwächerer Gegner wird durch einen Erstangriff besiegt. Ne, lass mal. Es kommen die sowieso nur noch schwere, eigentlich. So, dann lass mal gleich mal gucken, wie unsere Sachen hier sind. Oh, schön die Münzen sparen. Wir haben 143 Münzen, ich bin froh. Ähm, ne, 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 Fehlschlag. Da haben wir uns einen schönen Wacker-Keks geopfert. Da war ich nicht so... ...überrascht oder froh oder was auch immer. Ich mein, obwohl der sieht aus wie Eiscreme eigentlich und Keks. Mit Strohhalm. Naja. Äh, mal gucken. Ja, endlich könnten wir damit losgehen. zu dem nächsten Kapitel. Hm. Wo ist das bloß? War hier auch nochmal so eine Kanalisation? Privat. Das heißt, Privat heißt, dass Mario willkommen ist. Hm, was ist denn hier alles Feines? Hm. Ach, Pipelines. Pipelines sind immer gut. Und Mario ist bestimmt immer willkommen bei Pipelines. So, mal gucken, was sich hier drin verbirgt. Das hier ist ein... Na, wie heißen die? Das sind solche... Statt Gumbas sind das Gumbas, glaube ich. Ja, so heißen die bestimmt. Die sind ein bisschen stärker als normale. Und zwar richtig ein bisschen stärker. Da empfehle ich eigentlich nur den Power-Hüpfer. Aber das reicht meistens immer noch nicht aus. Also... empfehle ich lieber hier den zu verwenden. Das macht aber auch nicht so viel. Das heißt, wir müssen noch einmal angreifen. Aber von den Gumbas ist die Verteidigung oder Angriffsstärke nicht besser als die von den Gumbas. Das könnte man an meinen Hüpfer nochmal machen hier. Buh! Und Paracary kann das auch nochmal machen. Wenn jetzt noch die Hexe kommen würde und uns ein Münzen erhöhen würde, dann wäre ich erstaunt. Das tut sie uns allerdings nicht an und... Tja, kommt halt nicht. Und wir haben den ersten Gomba besiegt. Na? Münzen sind immer erwünscht. Wen das hier nicht auffällt, ist ein bisschen bekloppt. Ich glaube, jetzt kommt irgendwas, ne? Nö, ich glaube nicht. Bloppa! Bloppa! Ach, diese Bloppas, die kommen eigentlich immer wieder und nerven auch ziemlich. Dafür gibt es aber wunderschöne Items. Trifft einen Gegner so oft, dass Aktionskommando stimmt. ähm, ja, den nehmen wir am besten mal, den Power-Opfer. Au, das war schlecht, das war sehr schlecht sogar. Äh, oh nein, wir haben keine BP mehr. Toll, na toll, na toll, na toll, na toll. Ähm, naja, Abtransporter, das lohnt sich sowieso nicht bei so einem Gegner. Das wirkt sowieso niemals. So, haben wir den erstmal sechs abgezogen. Und der hat eine große Angriffskraft, so ein Blobber. Äh, mal gucken, haben wir was gegen BP. Vergiftung und Verschrumpfung. Gibt es noch mehr? Zehn BP, das hört sich doch eigentlich besser an. Aber wir bleiben mal bei fünf, weil wir bestimmt gleich wieder so ein Level ab werden, wenn wir diesen Blobber besiegt haben. Dass wir dann mehr BP haben halt. Äh, so. Ne, warte mal, ich bin doch nicht verrückt. Du kriegst, machst man einen schönen Karatschlag. Heia! Ist der dem ein bisschen lung? Naja. Die Tinte sieht so realistisch aus irgendwie, hab ich das Gefühl. Naja, ähm, Powerpferl, würde ich mal sagen. Und nicht verdauen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Naja, sieben ist auch gut eigentlich. Ja, kann man nicht drüber meckern. Aber ich war schon mal besser da drin, ne? Achtung, Tinte. So, Mario wird langsam schwach, aber das ist sowieso jetzt Geschichte, denn wir haben den Boss so gut wie besiegt. Oder Zwischenboss, kann man auch sagen, ne? Jo, ja. Und noch ein Karate-Schlag, heia. Und er ist down. Tot, tot, tot. Plopper, das war's schon mal für dich. Und wir sind immer noch keine Stern-Level-Up, aber, naja. Kennt halt Nintendo, bisschen geizig, naja, was soll's. Du hast den Schrumpf-Ordner erhalten. Verkleinert einen Gegner und schwächt ihn. Ist der gut? Ich frag mich grad, ob der gut ist. Äh, mal gucken. Ja, on. Schrumpfer. Für nur zwei BP wird ein Gegner zu einem Mini-Monster. Ja, das Geschwächter, bla bla bla. Hm, ich glaub, der sieht nicht so gut aus, aber, naja. Wenn wir Level-Up sind, werden wir erstmal KP erhöhen. Wegen dem letzten Betruges haben wir mehr BP zwar, aber, naja. hat gesagt, wir steigen uns oder steigern uns und hat nicht gesagt, nee, ich hab jetzt keinen Bock auf euch. Und tschüss. Und schön hier die Münzen verlieren, damit man sie nochmal aufsammeln kann. Und der ist sowieso zu lahm. Jo, ist er wohl. Viel zu lahm. Wir können ja nochmal da lang gucken, aber ohne den Gegner jetzt anzugreifen. Wir sind ziemlich schwach. Blubber! Oh oh. Nein! Kann man flüchten? Kann man flüchten? Ach komm, das ist jetzt nicht fair. Naja. Ein Blubber nach den anderen dienen Nerven. Sogar ein Superblubber. Noch schlimmer. Erstmal mal mein Bratei hier. Das war, kam jetzt wirklich überraschend. So ein Blubber. Ich dachte immer, es gab nur zwei Stück von denen und nicht nur noch mehr. Und ich hab den zweiten hier gar nicht hier erwartet. Ich wette, es kommt bestimmt noch einer. Ich frag mich, was die überhaupt in der Kanalisation machen. So. Geben wir mal ein paar Blumenpunkte, damit wir denen hier mal richtig was vor die Eier quetschen können. Also vergiss das mal, was ich gesagt hab hier. Alle. So. Ähm. Hallo? Willst du mich jetzt verarschen? Ich mach mir die Mühe, meine BP zu füllen, um den Dings zu machen und jetzt blockierst du sie einfach. Sag mal, wirst du mich überhaupt noch vernichten? Ich glaub schon vernichten, aber ja. Ich hab ne Idee. Wie wär's mit dem Pliegenlied? Vielleicht schläft der dann ein? Aber ich glaub, das war nicht so schlau, weil er grad elektrisiert ist. Ey, keine Ahnung, wie es jetzt ausgesprochen wird. Ich will den einfach besie... Das war es durch den Ernst, ne? Was ist das für eine Geburt? eine Mischung aus Hass und Zorn. Das uns nicht das Wegenlied benutzen lässt. Also, ich hab die Schnauze voll vom Plopper. Jetzt spielt er uns hier noch mit Tinte. Tinte braucht die Schule und so, aber nicht im Spiel. Eieieiei, Allah, Migo. Das ist wirklich schwer, aber Migo. Ach. So, Powerhumpfer, würd ich mal sagen. Ach, nö, ne? Ist auch nicht besser geworden. Eieiei, ich hab das Gefühl, dass das sehr knapp wird. Ja, ist uns ja schon klar. 3 WP. Äh, das müssen wir mal essen. Ich hab keine andere Wahl. Oh Mann, jetzt werden wir sterben. Ich hab den so schuldig. Jetzt hab ich solche schön-Gefühle. aber der Plopper ist sowieso bald schon wieder tot, hab ich das Gefühl, aber wir werden, glaub ich, Feuer sterben. Aber nicht, wenn ich es verändern kann. Erfrischung! Erfrischung wird uns bestimmt helfen. Ich gebe dir 5 KP und 5 BP. Ey, wir haben ihn zum ersten Mal verwendet, ne? Kann das sein? Äh, mal nachdenken. Ein Panzerwurf kann schon nicht schaden. Vielleicht kriegen wir das ja doch noch hin. Hey, soll das ein Scherz sein jetzt hier, oder was? Hammerwurf haben wir. Ne, lass mal. Benutzen wir halt nochmal eine Dings. Schäfchen lohnt sich bestimmt nicht beim Boss. oder bei Zwischenboss schon wieder. Ai, ei, ei. Hm, hm, hm. So. Bam. Fast tot schon wieder. Gott sei Dank. Ich habe die Schnauze voll von diesem Scheiß Biest. Wehe, ich sehe irgendwann noch so ein Vieh. Ich. Lass euch. Und noch einen Karate-Schlag hier. Ja, Elektrizität. Ja, macht doch. Toll, 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 toll. Hammerwurf geht jetzt nicht mehr. Können wir mal einen Fehlschlag essen oder so? Wir essen den Fehlschlag jetzt mal. Ist mir scheißegal. Hauptsache, wir können auch gewinnen. Wenn er nochmal Strom macht, dann... Ne, lass mal. Wenn er nochmal Strom macht, dann haben wir ihn wenigstens. Ein bisschen. Ach, du Scheiße. Na, ein Glück haben wir ihn hoffentlich jetzt. Wow, wir haben ihn besiegt. Jawohl. Ganz knapp aber nur. Oh, danke. Ich danke dir. Ich danke dir. Ja, bitte verdoppeln. Ah, das ist es wert gewesen. Level up. Wir brauchen ganz dringend mehr KP. Ich will nie wieder diese Viecher sehen. Jetzt kommt aber kein Blopper mehr. Das schwöre ich sogar. Nein, nein, nein. Ich gehe da nicht mehr lang. Ich weiß schon, was gleich kommen wird. Mario, du hast genug in der Kanalisation gearbeitet. Jetzt musst du ein Abenteuer machen. Aber vorher mal einkaufen gehen. Mit einem schönen, edlen und teuren Laden. Ich habe schon eine gute Idee, wie ich die Folge nennen werde, wenn zwei Blopper drin sind. Blopper abschauen. Naja, ihr wisst das dann wohl bestimmt schon, wenn es jetzt wahr ist. 10 KP. Mit Mario elektrisch auf. Kein Gegner sollte ihn berühren. Leck es. Es leckt schon wieder. Falle Mario in den Stein. Mach den für kurze Zeit. Schwibber. Gibt es denn nichts gegen BP? Also, ja, gib mal her. Gib den Stoff her. Ich brauche den Stoff. So. Jetzt werden wir garantiert nicht mehr sterben. Hoffe ich zumindest. So, wir speichern nochmal und dann gehen wir auch mal ins nächste Kapitel. Hey, nur wüsste, wo es ist. Ich glaube, das ist hier, ne? Ah! Ich lege dich an. Ich lege dich an. Hier. Ich lege dich an.